RISE OF THE NEUE FOLGE Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich. Was? Wahrscheinlich ist das völlig falsch. Das ist eine 10-Guten-Folge. Genau. Ja. Wieso gehe ich da hin und will mir eine Schaufel quaffen und quaffst du mir eine Spitzhackle? Mysterien des Lebens. Hast du das nicht schon mal gemacht? Ja. Heute. Im früheren Tag. Heute im früheren Leben. So, jetzt komme ich mal wieder in den Raum. Da hat ein Diamant aus dem Gieß rausgefallen. Ja, so seltsam. Oh, ich habe schon 100 Diamanten gefunden. Ich bin alle im Gieß drin gewesen. Ich glaube, hier ist schon wieder ein Skelett. Auf dem Redstone. Oh, es ist ganz nah. Entdeckungs-Sound. Da steht's. Hautfetzen an meinem Daumen. Da, wo ich vorher stand. Ich bin voll. Dämliches Mist-Skelett. Stirb, stirb. Eisen. Es hat Pfeile gedroppt. Wuhu. Pfeile, Pfeile. Ich habe nur noch 10 Pfeile. Ich habe Eisen, was ich nicht aufnehmen kann. Also, wann ist was zum Gefeich? Schon wieder ein dunkler Gang. Mit einem Skelett. Hier ist man auch schon gewesen. Ich spür's, ich habe einen Stein gefunden. Ah, nein, nicht einen Stein. Das schmeißt ja, äh... Ach, hier sind wir auch gar nicht runtergegangen, gell? Grundsteine oder so, weil Einstein? Diese Schlucht. Einstein ist das Stein von Ende. Ah, da stand ich da oben, glaube ich. Ich erinnere mich. Hast du Bock, mit in die Schlucht zu kommen, oder? Ja. Gut, lass es. Kann ich auch alleine machen. Nein, ich bin, ich bin nur so unmotiviert, weil ich immer noch kein Wettbewerb bekommen habe. Ich komme zu dir. Aber du hast Diamant gefunden, Mann. Ja, Diamanten. Das ist super awesome. Ich weiß. Was mache ich nur mit dir? Das weiß ich auch nicht. Hier ist noch Gold, das kann ich auch nicht aufheben. Den Faden brauche ich eh nicht. Okay, wo bist du denn? In der Schlucht. Wo bist du? In dem Raum? Auch da, wo ich mich nach oben gekommen habe. Äh, nach unten gekommen habe. Warte. Da komme ich da zu dem Gang wieder. Hä? Ne, da ist ein Skelett, wo du bist. Hä? Achso, ja, ich bin gerade... Aua! Ach, da bist du lange. Ich bin ja genau mit anderen Rücken gegangen. Scheiß Skelett. Das hat mich schwer verletzt. Heile dich. Aber ich weiß nicht wie... Mit Diamant. Diamant muss jeder dabei haben. Das ist in meinem ersten Hälfte-Kasten im Kofferraum. Genau. Wo auch immer man das hat. Hier habe ich schon runtergegraben. Und diese Schlucht war es zu erkunden. Mhm. Ach, hier ist es wirklich noch runter. Machst du das? Ja. Voll, hier ist es schon wieder zu Ende. Gold. Gold. Nein. Lava. Nein, das war nicht gut. Vorsicht! Nein, komm, schneller raus. Ach, nee. Warte. Mann, wir wollen noch da lang. Ja. Davon nimmt gerade auf. Macht sie eine Diät? Ja. Au. Au. Was passiert? Au. Mein Daumen. Das hat drückt und gequetscht und das hat wirklich... Das hat ja auch keinen Sinn eigentlich. Wieso tust du das? Na, bis Lazzulli. Juhu. Ne, der ist zu weit oben. Ich halte fest, die haben ja schon alles gefunden. Das hat ja auch ein Virus von Virus V9. Was? Da kann er nur zugucken. Doch, einfach braun können und wieder was wegschmeißen. Der Zombie-Fleisch kann ich essen. Welche platzen wir momentan? Jam, 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 jam. Mmh. Mmh. Zombie-Fleisch. Da oben ist noch Gold. Gold. Gold, gold. Ach, ich glaube mal, hier ist das dumme... Ja, aber kein Interesse mehr, diesen... äh... ...kleinen... 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 ...Ding des Lebens. Gold gehört zu den kleinen Dingen des Lebens. Das ist verdammt richtig. Wenn ich einen Klumpen Gold finden würde, auf der Straße würde ich auch denken. Oh. Da soll ich auch für die kleinen Dinge freuen. Also, wenn ich einen Klumpen Gold auf der Straße finden würde, würde ich das sofort verkaufen. Also, ich würde es im Kinderbuch aufgeben, weil das ist ja... ...das gehört ja jemandem. Und ich bin jetzt tot. Warum bist du jetzt tot? Weil das Brett entscheiden hat... ...entschieden zu viel hat. Hat entscheiden, dass ich sterbe. Ach. Nicht schon wieder. Ich häng es selbst fest. Ah. What's the fuck? So. Alles klar. Ich mache gerade ein bisschen Disco. Oh jei. Geht doch. Disco, Disco, Partie, Partie, Partie. Disco, Disco. Was? Wo bist du denn? Ich tanze in der Luft. Was ist denn hier los? Aua. Wo machst du Disco? Jetzt bin ich rausgefallen aus der Disco. Achso. Toll. Da komm ich hin, will mir die ganze Zeug angucken und dann lass ich mal vorbei. Warum passiert mir immer so'n Scheiß mit dem Server? Das ist doof. Das weiß ich nicht. Weil du volle Empfang hast für dir, bei mir. Deswegen? Ja, deswegen muss ich dir das. Macht voll Sinn, oder? Mhm. Ah. Danke. Okay, unten waren wir schon? Da war ich hingelaufen schon. Das ist auch, glaube ich, schnell zu Ende. Oh nein. Oh. Oh. Na dran. Wow! Was ist denn jetzt passiert? Hm? Du hast schon runtergelaufen. Na gut. Das ist einmal um deinen... um deinen... Steinhaus. Was du dir bauen wolltest. Steinhaus. So, machen wir jetzt mal weg. Im Wasser ist ja eine nachwachsende Luftlosche, die kommen ja gut auf die Pläne. Ich finde das sogar mal einfach. Mhm. Alex, nach. Da ist er ja, der Luke. Hilfe! Hilfe! Jetzt schon wieder von Skeletten. Geh zurück, geh zurück, geh zurück, geh zurück. Kommt an Klipper? Ja! Oh. Oh. Ich hab dich jetzt getroffen. Oh. 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 Find mal den Weg dahin wieder, ey. Und was, bevor mein Zeug weg ist. Ähm. Ich muss mich grad mal retten. Alter. Fuck, Skelett. Sonst bin ich gleich auch noch hinüber. Die Tanks sind weg. Stirb endlich! Ich bin doch schon gestorben. Das, was du wolltest, Mensch. Ich hab schon wieder einen Pfeil im Kinn. Wo ist mein Brot? Da ist mein Brot. Oh. Der ein Glück. So. Das Gute ist, ich kann den Diamanten aufnehmen. Das war mein Diamanten, den ich geguckt habe. Hast du eine Kiste dabei vielleicht? Nee, gell? Nee. Ich muss erstmal den Kram sichern. Da war nichts. Ach, je, je, je. Boah, jetzt mach doch mal schneller. Okay. So. Ich habe eine Workbench gebaut. Das war die erste in deinem Leben. Wie hieß denn das am besten, wenn ich dahin kommen will, wo du bist. Verdammt. Ich kann dir nicht von euch lieber in die Luft gespennt worden sein. Das war das eben gar keiner. Wir haben ja auch getötet. Was? Der stand genau zwischen uns. Und ist dann in die Luft geflogen. Aber ihr habt ihn doch dreimal getroffen. Der muss doch tot sein. Tja. Eigentlich schon, ne? Ach, mein Zeug ist eh weg. Ich weiß nicht mehr, was dir war. Ist egal, ob doch das Zeug wird gelootet. Aber ich weiß jetzt nicht, wie ich das finden soll, rechtzeitig. Ich tue das gerade alles in der Kiste. Also keine Angst. Kann ich das mal? Kann ich das mal? Ich will den Diamanten jetzt mal aufnehmen. Au. Das war, glaube ich... Nee, 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 nee. Ich bin so gemein. Warum? Also... Nee, das kann ich nicht machen. Warum frage ich? Ich wollte deinen vollständig... Deinen schönen Bogen wollte ich dir klauen. Das habe ich jetzt doch nicht gemacht. Es ist dumm für mich zu fragen, weil ich weiß ja, warum du gemein bist. Weil du immer es mir gemein bist. Oh. Das stimmt nicht. Hallo? Ich sammle hier gerade deine... ganzen Sachen ein. Das stimmt. Ich irre jetzt hier durch die Mine, bis ich den Ort wieder finde an dem... die schreckliche Tat passiert ist. Und das wird ein... sinnloses Erfangen werden. Ich hatte schon keinen Plan mehr, wo ich bin. Mein Schwert ist auch so gut wie hin. Und mein... Also wäre vielleicht sowieso ganz gut, wenn wir... Ja, danach habe ich auch keinen Bock mehr. Ich finde ja eh kein Rest von mir. Schaufel, Schuhe... Hut. Boah, nee, ich bin im Kreis gelaufen, ey. Ist nicht zu fassen. Wo bist du denn jetzt? Vielleicht kann ich dir... In der Schlucht, in der ersten Schlucht, die wir entdeckt hatten. Heute. Heute. Da sind wir aber doch wieder zurückgegangen. Echt? Da sind wir dann weitergegangen. Nein. Ah. Muss doch nur Redstone haben. Wir haben ja jetzt zumindest ein bisschen Redstone. Wie viel denn? Zwölf. Ah, lächerlich. Mein Essen ist auch gleich. Also ich habe gleich Hunger und dann werde ich eh sterben. Ich tue das jetzt alles hier rein und dann... werde ich dich suchen. Wieso ist das denn so viel? Sag mal. Hier den ganzen Gravel brauchen wir doch nicht. Brauchen wir doch nicht. Oh. Äh, jetzt habe ich da drei Bögen. Ist hier noch was? Hm. Oh. Oh. Vielleicht mal ein Creeper runterfällt. Oh. Wie weit geht es denn hier nach oben? Ach du Scheiße. Hm. Lass mich mal. Dann kann man hier nicht mal ein Schild aufstellen. Vorsicht, Lava. Bist du jetzt in die Lava gefallen? Nein, aber ich fass... Es wäre fast schwierig. Es ist schon das zweite Mal... ... in diesem Death Play. ... dass ich fast in diese Lava gefallen wäre. So. Ich habe jetzt alles verstaut. Hoffe ich. Ich habe wahrscheinlich jetzt ein paar Sachen von deinen Sachen auch dabei, aber das macht ja nichts. Okay? Mhm. Ach. Ach. Hier, das ist noch deine, glaube ich. Hier ist das dumm. Dumm, 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 das ist alles dumm. Ja, es war komisch, also der ist irgendwie zwischen uns geflogen. Dumm, 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 der Schleimausgang. Ey, geh weg! Ach, du bist beim Schleimausgang. So. Dann versuche ich jetzt mal... Ich laufe im Kreis. Es ist unmöglich für mich, dass ich das nochmal finde. Oh nein, jetzt hänge ich schon wieder in dem Luftloch drin. Ja. Ach, das ist deine Axt. Jetzt müsste man das ja eigentlich abkürzen können, indem ich da oben hin... ich mich da oben hin baue. Stimmt's? Du siehst mich? Einmal. Du siehst mich? Einmal. Geil. Ich versuche mich jetzt, da hoch zu graben. Ohne da oben in den Gang zu kommen. Hier oben, ja. Oh, da ist nicht zu tief fallen, ich bin nicht tot. Wah! Ach, das bist du. Du siehst so anders aus. Was ist das denn dabei? Du bist ja jetzt da hingekommen. Du bist ja jetzt da hingekommen. Weiß nicht, ich bin einfach hergegangen. Von wo kommst du denn da? Von dem Haupteingang? Ich weiß es gar nicht genau. So ziemlich die Orientierung verloren. Du hast Essen dabei? Ja, warte. Da schlingt er. Wo ist das Zeug jetzt? Ach so, warte. Ich wollte nur kurz gucken, ob man hier... Ja, sehr schön. Okay, alles okay. Folgen Sie mir! Also ich hab keinen Durchblick, ich hab keinen Red Star und ich hab kein gar nichts. Du hast wirklich nichts. Ach, jetzt bin ich wieder in dem Luftloch. Hier ist irgendwie ein Luftloch in der Mitte. So. Tadaa! Yay! Hier ist noch ne Axt von hier. Wo? Da. Oh, es hat gerade geblitzt. In der Höhle. Nicht in der Höhle. In meinem Zimmer. Oh Gott, oh Gott. Hä, meine Rüsten war doch noch heil. Wie solltest du mir das hier umbringen können? Das war unnötlich. Ich finde das immer noch... Es muss untersucht werden. Wir müssen einen Untersuchungsausschuss gründen. Und das dann untersuchen lassen. Ich finde, wir sollten jetzt zurückgehen. Die wertvollen Sachen ablegen. Und die Folge damit beenden. Okay. Ja, RedStorm finde ich... Ai, Ai, Captain. RedStorm finde ich eh keinen... Egal, ich muss eh noch andere Dinge machen, bevor ich die RedStorm-Schaltung machen kann, die ich jetzt machen will. Und ich muss vor allen Dingen, ähm... meinen PC runterfahren. Bevor der Blitz da reinsteckt. Okay. Das klingt vernünftig. Ich bin nicht vernünftig, wenn ich... Ich stütze mich immer wieder in Campen mit Creepern und so. Oh, dieses dumme Luftloch. Haben wir aber gut erkundet, die Schlucht. Ja, und haben herausgefunden, dass sie keinen RedStorm enthält. Ähm, sollen wir jetzt hier zurück, wo du herkommst? Das geht. Sie hat sehr viel Gold enthalten. So ein wertlosen Diamantenschrott. Ah, hier sind wir. I see. Dann kommen wir hier raus. Bist du noch hinter mir? Ja. Gut. Ach, Gott sei Dank ist jetzt gerade Tag. Ich muss schon wieder vergessen zu checken, bevor wir raus sind. Das hätten wir auch dagegen tun sollen. Hm. Das ist richtig. Wir haben keine Macht über uns. Oh mein Gott, mein Gott. Wir sind doch nur ein paar Spielfiguren in einem Minecraft-Spiel. Du hast das Skript geschrieben, ja. Ist voll binlos. Ja. Aber ich fand's mal spannend, dass du wieder gestorben bist. War lang her. Du solltest mal sterben. Ja, dann sollten wir das mal in Skript schreiben, aber bisher hat es noch keinen Anklang gefunden. Dann werde ich das wohl mal tun. Ich werde mich dafür stark machen. Nicht doch. Hallo, du freust dich auch darüber, dass ich gestorben bin. Dann darf ich mich auch wohl dafür stark machen, dass du mal stirbst. Nein. Dann würde ich ja sterben. Ah. Das wäre ja zu meinem Nachteil. So. Das müssen wir jetzt ausbauen. Jetzt werden hier einfach schon graue Schafe umgebracht. Na, der Weg ist doch fast fertig. Ja, ich bin heute nicht sehr weit gekommen. Ich wollte eigentlich viel mehr schaffen. Dann war das Redstone-Problem wieder da. Das alte Redstone-Problem. Redstone-Problem Teil 2. Na, immerhin haben wir ein bisschen Redstone gefunden. Jetzt bringt er hier alle Schafe um. Herr Vorsitzender. Tun Sie was. Ach, ich könnte bevor wir jetzt schlafen gehen nochmal zu Huhn gehen und die Eier sammeln und in die Wand klatschen. Da müssen ja einige aufkommen. Ich brauche Eier. Wenn du Eier gegen die Wand klatschst. Dann kommen Dina raus. Ich hab mir mal 6 Hühner. 6 Eier meine ich. Und ich sag jetzt 2 Hühner raus. Und was sagst du? Lut, Lut, Lut. Ok, Lut, Lut, Lut. Da sind wir rausgekommen. Verdammt. Wow, 37 Gold ey. Supergeil. Jetzt regnet's hier. Ja, hier im realen Leben. Ein Chlor, Alter. Abschluss. Stimmt. So. Ups. Verstau-ee. Was? Verstau-ee. Das ist korrekt. Es gibt doch Billenbrennen. Knochen habe ich hier noch. Oh. Oh. Spray-Bögen. Eigentlich. Wie teuer ist das denn, wenn ich die... Oh, nur ein Level. Okay. Hm. Hm. Das kann man mal machen. Drei. Naja, kann man mal machen. Naja, kann man mal machen. Jetzt haben wir drei Werkbänke, das ist ein bisschen... Naja. Dann machen wir hier noch Öfen. Wir haben sie auch immer nicht zur Hand, wenn wir sie brauchen. Wie das hier schon wieder aussieht. Nein. Na doch nicht. Ein Ei. Dann tue ich auch mehr rein. Noch mehr Ei. Alright. 15 Eier. Soll ich hüten. Wie sieht's aus? Wie sind sie soweit, die Folge zu finden, Hermos? Dieses spannende Abenteuer, wie wir all ihre Sachen noch aus der Höhle gerettet haben. Ja. Hast du gerade das Megafehlschild vorgenommen? Nein. Ich habe das Feld gezeigt. Du bist wieder so fies heute. Okay, ich geh raus in den Regen. Gute Idee. So. Also Leute. Wir machen jetzt eine Pause. Ihr auch. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Von... Let's play. Quarz the door. Was? Quarz door? Ne, ist Eisen, oder? Ist Eisen. Achso. Ich dachte, das wäre Quarz. Ich konnte da gar keine Endsteine sitzen. So denn. Guck mal, das war mir eine Ehre. Mir auch. Das ist natürlich mal eine Eisenspitze. Gott, dass du das Ding hier abräumen kannst. Ja. Ja. Selbst ist die Frau. Achso. Schwierige Sache. So. So. Halt die Höhe. Ich glaube, das ist absolut, ja. Das meine ich.